Heute ist der 17. Dezember und wir öffnen das nächste Türchen an unserem Adventskalender. Macht hoch die Tür, die Tor macht weit. Dieses Lied ist sozusagen der Auftakt der Adventszeit. Sie werden es vielleicht im Gottesdienst am ersten Advent gehört und mitgesungen haben. Sie werden es hören und vielleicht mitsummen, wenn es im Radio läuft. Sie werden es hören und vielleicht gar nicht beachten als sanfte Berieselung im Kaufhaus. Macht hoch die Tür, das heißt doch, macht die Tür auf. Das machen wir nun schon seit dem 1. Dezember mit unserem Adventskalender. Dahinter versteckt sich täglich etwas Neues, eine fröhliche oder nachdenkliche Geschichte, Gedichte oder Liedverse. Macht hoch die Tür wurde auf recht drastische Weise zur Realität, als der deutsche Kaiser Wilhelm II. 1898 eine Palästina-Reise unternahm. Ein Mauerstück direkt am Jaffa-Tor in Jerusalem wurde extra für seinen Einmarsch durchbrochen. In unsichereren Zeiten schließe ich meine Tür lieber zu. An meiner Haustür gibt es neben dem normalen Schloss eine Sicherheitskette und ein Fensterchen, damit ich auch sehen kann, wer draußen steht. So schnell lasse ich niemanden rein. Und seit in der Zeitung steht, dass gerade in der dunklen Jahreszeit Diebe und Einbrecher Hochkonjunktur haben, bin ich noch vorsichtiger geworden. Vor allem alte Menschen werden immer wieder zu Opfern von Betrügern. Lassen Sie also bitte niemanden in die Wohnung, den Sie nicht kennen. Keine falschen Polizisten in Zivil, keine fremden Frauen oder Kinder, die um ein Glas Wasser bitten oder einen Zettel für die Nachbarin schreiben wollen. Türen können Häuser schützen. Sie sind aber auch so etwas wie eine Visitenkarte des Hauses. Jesus sagte einmal, ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hindurch geht, wird er selig werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Kirchliche Mitarbeiterinnen oder Ehrenamtliche von gemeinnützigen Organisationen berichten von ihren Erfahrungen an Türen, zum Beispiel bei Haussammlungen. Da ist es uns oft mulmig zumute, sagen sie. Obwohl man sich bei uns auf dem Land noch persönlich kennt, von den Zugezogenen im Neubaugebiet einmal abgesehen. Was erwartet mich hinter der Tür? Das ist die bange Frage. Wird man mich gleich wieder abweisen, die Tür vielleicht sogar zuknallen oder wird man mich freundlich empfangen und fragen, was ich will? Zwischen dem ersten Klingeln und dem Augenblick, wo geöffnet wird, liegen bange Momente, liegt Herzklopfen, liegt Erwartung. Macht hoch die Tür. Wie könnte eine Tür aussehen, an der ich gerne klopfe oder läute? Wir haben einen grünen Kranz an die Tür gehängt und ein kleines Schild mit der Aufschrift Nette Menschen sind hier immer willkommen. Geöffnete Türen sind die sympathischsten. Früher hat doch keiner seine Tür zugeschlossen, erzählen die Alten. Da blieb der Schlüssel auch über Nacht stecken. Was öffnet Türen? Ich bin immer wieder beeindruckt von den Türen an den Bankgebäuden, wo man zu jeder Tages- und Nachtzeit rein kann, um Geld zu holen. Da steckt man die Plastikkarte in das Lesegerät am Eingang und schon geht, Sesam, öffne dich, die Tür auf. Da fragt einen keiner, was man will. Da kann das Herzklopfen höchstens beim Anblick des Kontostands kommen. Aber mit einem Geldautomaten kann ich nicht reden. Das ist nur eine Maschine. Wenn ich durch eine Tür gehe, dann will ich Menschen finden, die sich einlassen auf ein Gespräch, auf Kontakt, auf Kommunikation, auf Nähe. Wenn Jesus sagt, ich bin die Tür, meint er, hinter meiner Tür wirst du freundlich empfangen. Bei mir findest du Wärme und Geborgenheit. Tritt ein, sei mein Gast. Ich wünsche Ihnen einen guten Tag mit offenen Türen. Bleiben Sie behütet.